hallo und herzlich willkommen zu einer hunde polypunch ich bin jetzt wieder bei den brücken angekommen die ich noch nicht richtig geschafft habe und noch nicht im budget oder unterm budget habe und das ist jetzt die erste brücke ich gebaut habe und die habe ich jetzt endlich geschafft unterm budget und das sieht dann so aus ich hatte mir die lösung von anderen youtuber bei sunbay abgeschaut er hat sie genauso gebaut wie ich jetzt aber so ähnlich ja dann gehen wir jetzt zum nächsten obwohl die nächste haben wir ja schon geschaffen dann gehe ich mal auf der karte damit das jetzt noch nicht unter budget geschafft haben das werden wir auch schnell schaffen weil ich hatte das ja letztens auch nur ganz knapp nicht geschaffen alles da mal richtig schieben alles da mal richtig schieben ein bisschen gerade machen, sonst springt das Auto unter die Krache ein das wollen wir gleich so jetzt haben wir schon mal eine Straße, jetzt bauen wir schon die Dreiecke rein sonst ohne Dreiecke würde ich so nichts klack, 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 klack so das waren die Dreiecke Kabel, Stahl gibt es auch da wird ganz knapp drüber, bricht es so ein so 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 ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht wieviel lang waren das jetzt? 5 Minuten? wenn überhaupt Nächste haben wir auch geschafft gehen wir auf der Karte schauen wir da nach Och je das war erst A und dann B Ok das hat mal so gemacht irgendwie Stahl 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 und wieder mal so ein Stahl das das musste man irgendwie hochziehen weil ja irgendwie ich werde immer kleiner hier das das kann nicht sein ach das kann nicht sein ach 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 so so ach so so ach so schien wir gleich noch mal das ist richtig klar genau doch das ist richtig klar genau da ist ok 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 Okay, das Zelt noch nicht. Okay, sagen wir es. Oh, jetzt bricht alles. So, jetzt machen wir den Zieg. Vielleicht das mal ein bisschen hoch. Das geht nicht. Aber gut. So, das hört halt runter. Ach, jetzt geht es hoch. Oh, jetzt haben wir die Stücke gekochen. Und da wieder was. Ach so, ein kleiner Muck. Und jetzt springt er. Das ist auch nicht so gut. Aber das ist am Ende. Vielleicht trifft er die Straße dann nicht mehr. Okay. Aber vielleicht jetzt. Oh, ich denke mal, der kommt jetzt gegen die Straße rum. War ja klar. Aber jetzt ist das. Nein. Nein. Das war noch nicht komisch. Du bist. Nee. Okay. Ich würde da auch einen Steinträger reinknallen. Aber wir müssen schneller die Sache her. Okay der Steinträger müssen hier warten. Okay. Jetzt. Ich steig hier. Oh, da ist so viel. Machen wir das mal anders. Können wir kurz so rein. Man kann ja... Ah, so. Ah, ich habe den Streifen hier an der Kante. Was? So. Traurig. Das ist die ganze Ausfahre. Ganz aus. Machen wir auf. Okay, das war ein bisschen zu viel. Fünf. Genial. Ganz klein ist ein bisschen mehr. Also sieben. So. Das sieht perfekt aus. Dann nehmen wir hier schon mal Stahlkrieger. Mit B. Okay. Okay. Dann den. Okay, jetzt einer zu viel. Oh. So. Mal den. Oh. Mal den jetzt wegnehmen, dann geht es ja, oder? So. Ja. Oh. In farm. Oh. 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 Hi. Hier. Oh. Oh, oh. Yes. das ist ja heute ein richtig guter tag die nächste brücke geschafft drücken wir auf next ok play gehen wir auf map dann haben wir jetzt die erste komplett fertig zweite komplett fertig die dritte komplett fertig die vierte komplett fertig fünfte komplett fertig oh jetzt sind noch die hier ach je das hier wird doch schon wieder so eine endlosrunde ich glaube die hat sich auch gerade mal so geschaffen mit komplettem budget und so weiter und so fort diese zeit bis 6 Uhr morgens probieren wir das so in etwa wie die eine drücke zu machen wobei die einen die schräge hoch geschenkt kamen und 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 Das sieht nicht aus. So. Ja. Wenn wir das so runter wissen. da hin. Jetzt verbinden wir hier nochmal ein paar Stahlkriege. So, 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 so. Okay, das das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Nein, das ist ein bisschen Sobald der Tritt raufkommt, kracht es ein. Den können wir getrost wieder wegschmeißen. Ich glaube an der Runde hier würde ich etwas länger dran sitzen. Und wie lange nehme ich ihn eigentlich schon auf? Ich denke mal 15 Minuten oder 17, 18 Minuten. Na gut. Ich sag mal das war's für heute. Ich würde mich freuen wir am nächsten Mal dabei sein. Und bis dann mit euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschütschü.